Hallo, mein Name ist Christoph Hinte, ich bin Geschäftsführer der Hinte Expo & Conference. Wir haben uns der herausfordernden Aufgabe gestellt, eine konzeptionelle und wirtschaftliche Perspektive für die Intergeo zu erarbeiten. Viele Gespräche wurden geführt und inspirierende Ideen werden nun umgesetzt. Unsere gewachsene Partnerschaft und das vertrauensvolle Miteinander mit den Ausstellern, den Fachmedien und wichtigen Verbänden ist der Garant, dass wir eine leistungsfähige und zukunftswesende Intergeo Digital realisieren und auf diese Weise die Intergeo als führende Plattform für die Geo-Community nicht nur erhalten, sondern über 2020 hinaus in eine gute Zukunft führen werden. Die Intergeo Digital ist die konsequente Umsetzung aller Stärken, die in den zurückliegenden Jahren aufgebaut wurden. Die Reichweite wird sowohl national wie international sogar neue Potenziale erschließen. Gerade für die ausstellende Wirtschaft entstehen neue Mehrwerte. Wir freuen uns sehr, mit unseren Partnern eine echte Pionierleistung in der Veranstaltungsbranche zu gestalten und neue Dimensionen zu erschließen.